Bewegt sich das jetzt nicht mehr? Schlecht. Ich habe da eine Idee, wie man das stoppt. So nicht. Das hat nichts gemacht. Okay, ob wir das schon vor den Strom wieder ausstellen können. Ist das die Schaltzentrale? Hier sind wir beim letzten Mal reingekommen. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Vorsicht, da ist etwas auf dem Fußboden. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Sonst bin ich noch nicht. Wir befangen uns schon an allen Ecken. Die Bantyste sind dann nicht abhängig. Und das sind die runde. gefahren nein es ist nur ein stein sonst haben wir nicht die steine ausgeben ich kann sowieso nur einen schleppen da vorne ist etwas sei vorsichtig das funktioniert ausnahmsweise mal oh oh da vorne ist etwas sei vorsichtig ja das ist normal das ist so groß hier das war jetzt auch geklappt ich sollte nicht weit gehen kommst du mit das der alte meine war zu langsam ich weiß das ist ein Kriecher wir sind zwei einer hier einer hier einer hier der 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 Ich glaube ich kann sie durchklettern. Das ist ja schön. Du warst toll. Jetzt müssen wir glaube ich nur noch wieder hoch. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Was sollen wir tun? Wir könnten wahrscheinlich hier raus, wenn der Weg frei wird. Ja. Pestum. 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 Da vorne ist etwas, sei vorsichtig! Oben sind 3er. In den Zellen sind hier noch 3er und da noch einer. Es gibt doch eine Action. Mal sehen, dass sie etwas sieht. Eine mysteriöse Truhe. Wir müssen noch vorlesen. Wir müssen noch vorlesen. Da klingt jetzt nichts mehr. Jetzt schalten wir die Feuermaschine aus. Wahrscheinlich so runter. Wir müssen noch vorlesen. Dann würde ich hier weiter. Da ist irgendwas. Da waren wir doch schon mal. Wir müssen noch vorlesen. Kapazität. Das müssten wir hier aufgeben. Wir müssen noch vorlesen. Wir müssen noch vorlesen. Und nun? Wir müssen noch vorlesen. Wir müssen noch vorlesen. Wir müssen noch vorlesen. Wir müssen noch vorlesen. Wir müssen noch etwas wieder anschalten. Es geht aber auch der Strom wieder an. Das macht aber mit dem Feuer nichts. Soll ich das nicht. Soll ich das nicht. Soll ich das nicht. Wir haben eine Krass. Was hat uns das jetzt hier gebracht? Fantastisch. Jetzt hat die Zellen geöffnet. Sind die Zellen irgendwas drin? Hier geht es wohl weiter. Hier ist die Zellen geöffnet. 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 Gut gemacht, Kleine. Jetzt ist die Zellen geöffnet. Und jetzt. Dieser Ort ist sowas von nicht normal. wir sind fast beim funkturm was sagt man dass da jetzt noch was dazwischen kommt kommt ihr etwas bekannt vor tut mir leid schon gut sind fast da hältst du mit ja ich habe kräftige beine überraschten ist doch viel zu gut die sind nichts so Entschuldigung, ich mach da nicht alles. Barry, sie ist verschlossen! Was jetzt? Du musst das Schloss aufbrechen. Siehst du etwas, das du benutzen kannst? Gute Arbeit, Süße! Bleib in meiner Nähe, ok? Ok. Keine Gegner hier. Das ist nicht einfach Suspekt. Nicht ein einziger. Psst. Da draußen ist was. Nein, da vorne sehe ich doch was. Ach du weinige. Was bist du denn? Bleib da. Während kommt noch Schuss. Wo ist das denn hin? Wo weg ist es? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Das schreit doch nach, das Kampf. Das war's, das war's. Aber sehe ich hier nichts. Es tut mir leid. 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 Bleib zurück, Natalia! Was zum Fick bist du? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Diese Insel ist völlig verrückt! Was war das eben? Was hab ich denn da jetzt noch gemacht? Ich weiß nicht, Süße. Halten wir die Augen auf, falls noch mehr da sind. Das ist nicht. Nichts! Ok, Bescho da. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig! Oh oh! Merkwürdig! Läuft auf das Licht zu. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig! Oh oh! Oh oh! Hm, wenn ich schon mal das geht, sind wir auch geliefert. Das Monster kommt! Der ist noch nicht tot! Das Monster! Oh oh! Oh oh oh! Ein bisschen kipptchen schmeckt schon. Die Blase treffen! Das ist noch nicht so. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh oh! Oh oh! Oh oh oh. Oh oh oh! ja ein bisschen Licht wäre nicht nett, wäre ganz nett endlich eine Lichtung da rieche ich doch was die kreaturen hatten einige der gleichen symptome wie uroboros uberrobo? das ist ein virus den böse menschen vor einigen jahren in afrika eingesetzt haben die frage ist wie kam der hierher? mit dem schiff wahrscheinlich das ist eine insel jemand hat es mitgebracht die sommer in der Untertitelung des ZDF, 2020